So, herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Watch Dogs. In der letzten Folge haben wir die eine Mission noch angenommen, doch nicht angefangen. Dies werden wir nun tun. Ich wünsche euch viel Spaß und haut rein. Auf geht's. Ich hatte schon oft mit Bad Boy zu tun, aber seine Identität blieb immer geheim. So funktioniert der Zag. Jetzt will er mich treffen. Sehr ungewöhnlich. Ich werde ihn mal durchschütteln und sehen, was er vorhat. Bad Boy. Was? Bad Boy. Siebzehn. Äh, bitte, was? Das ist er schon mal definitiv dann nicht, ne? Bad Boy. Siebzehn. Clara. Clara. Wow. Okay. Damit habe ich nochmal nicht gerechnet. Sieh ich aus wie ein Bad Boy. Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Ich mach dir doch keine Angst. Hast du Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben auf. Wer droht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Ich muss dir vertrauen können, Clara. An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier ist ein Grund zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast. Ich weiß, wo man ihn findet. Ja. Also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest Dead Sex System Hacks? Jetzt hast du mich. Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Damit machen die alle ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Du hast es geklaut? Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr. Ich glaube, du vertraust mir nicht. Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht. Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal. Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Aiden. Das hat jetzt mal wieder geflasht. Uh, Skillpunkt erhalten. Mal schauen, was haben wir denn schönes. Neue Fähigkeiten freigeschaltet. Okay. Weiß ich nicht. Fahrin. Herstellen. Kampf. Fünf Punkte auf einmal. Je mehr, das ist ja richtig krass. Verbesserter Fokus. Starf Sprint. Das ist auch nicht schlecht. Pyrotechniker. Kugelwiderstand. Das wird definitiv gebraucht. Springwiderstand. Das ist ja richtig krass hier. Ich glaube, ich schaue mal noch, was wir alles zum hacken haben. Hier, hacken. Was können wir neues hacken? Gegnerkommunikationsstörn. Schon mal nicht schlecht. Transformatoren. Das war das nur vorhin schon. Dampfleitungen. Krasse Nummer. Das ist natürlich gut, um zu flüchten, muss man sagen. Geldautomagen. Hackboost. Ja, würde ich sagen. Ne, man weiß ja nie, was man brauchen kann. So. Jedes Mal würde ich angerufen, die hier. Mach's nicht kompliziert. Voila. Wir müssen also deinen Anrufer finden. Aber er ist clever. Seine Adresse wurde durch einen CTOF-Büroturm gebaunt. Kundenservice, Angestellte, Manager. So Sachen halt. Ein Bürogebäude. Wir müssen einen Weg ins System finden. Du bringst mich ein? Ich geb dir seinen Standort. Ich kann an der verwundbarsten Stelle ins Gebäude. Da, wo sie Lieferungen annehmen. Das ist unterirdisch. In dem Tunnel. Da fang ich an. Hey, tut mir leid, wenn ich unhöflich gewesen bin. Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern. Lehrbuchmäßig. In meine Distanzzone treten. Anstarren. Physischer Kontakt. Du hast nach Riffen gesucht. Hast du welche gefunden? Wirstest du wohl gerne haben. So. Zack. Ich muss schon in die Ladezone eindringen. Okay, da muss ich rein. Wir haben hier... Das kann nicht sein. Hat das Teil denn keine Sicherheitsschaltung oder... Das ist natürlich ganz krass. Nicht mehr. Ich glaub's ja nicht. Hm. Hey, du Arsch. Du hast dich mit verdammt mächtigen Leuten angelegt. Das ging gut. Ja. Nicht schlecht. Aber ich bin besser. Hm. Da schleißt sich doch tatsächlich einer ums Auto rum, oder? 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 Hallo? Hallo? Leute? Hey, du Arsch. Du hast dich mit verdammt mächtigen Leuten angelegt. Hör uns weg, aber! Oh mein Gott. Das ist gar nicht cool. Aua. Alte Sau. So, Leute. Ja. Das bin ich. Ah. Leute. Wo bist du denn? Wuhu. Das haben sie bisher alle gesagt. Schön aufmachen hier. Oh, der hat gesessen. Voll auf den Oberschenkel. So. Wenn du jetzt rauskommst, verspreche ich dir einen schnellen Tod. Leck mich. Er hat alle erwischt. Ach, dass die alle mal so freundlich sind. Ja. Außer dich. Jetzt müsste ich natürlich erst mal schauen. Ist noch nicht zu spät. Wo sitzt denn der Kerl? Juhu. Ah, da ist er ja. Komm hoch. Au. Ja. Zack. So. Nochmal nachladen hier. Geht's mir wieder schön zur Person und stecken die Waffe weg. So. Jetzt haben wir alle. Da, 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 da. Tam, da, 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 da. Okay. Irgendwas muss ich hacken. Komm ich jetzt rein? Nein. Okay. Wo ist es? Dum, 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 dum. Da. Dann regeln. So, lasst uns schauen. Was haben wir hinter dieser Tür? Ich bin im Gebäude. Kannst du irgendwas sehen? Der Lageplan zeigt einen offenen Platz da drin. Und zweifellos mehr Wachen. Ah, diese Hacks, die ich dir auf Handy geladen habe, sind die perfekte Ablenkung. Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören. Was für Ausrüstung? Alles halt. Pack ihre Handys, Earpieces, Sprengstoffe. Heutzutage wird doch alles mit Chips gesteuert. Okay, ich versuch's. Kannst du die Büros scannen? Such mir einen ungesicherten Laptop. Hab einen. Bradley Coughlin. Oh, oh nein. Er ist der Chef der Sicherheit. Ja, was auch sonst. Sobald ich drin bin, musst du schnell sein. Track den Anrufer und dann raus. Die Security wird den Einbruch ziemlich schnell bemerken. Sorg dich nicht um mich. Hä, mach ich auch nicht. Ich sag mich eher mich so. Die Tränkautomat. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh. Schon ein richtiger Profi, der Kerl. Das muss man echt sagen. Ein richtiger Profi. Oh, mein Gott. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, John. Das bedeutet, meine Wenigkeit hat einen Parkplatz vor dem X-Labs von Blue. Milliarden von donna verrückte Wissenschaften. Na, vielleicht normale Wissenschaften. Aber trotzdem. Wer weiß, an was für krassem Schatz ich arbeiten werde? Ich muss noch Berge von Verschiegenheitserklärung unterschreiben. Ach, ich erzähl euch alles, wenn ich will. So, warten, bis der junge Mann zurückkommt. Uiuiui, Leute. Los, jetzt kommt schon. Bewegt euch. Ja, das ist ja ein schlechter Scherz hier. Das ist ja echt nicht schön. Aber zack, locken wir sie halt an. Kommt schon. Kommt schon. Ja, das läuft natürlich falsch. Das ist so typisch. Das war fies. Das war richtig fies. Oh Mann, war das fies. So, Leute. Das ist schon eine krasse Story hier. Puh, da kommt schon wieder einer angelaufen. So. Oh Mist. Ich will jetzt nicht wirklich da runterkommen. Arme Sau. Ich weiß gar nicht, was er sich da an tut. Oh Mann, der ist gar nicht allein. Oh, auf der Plattform ist ja noch jemand. Oh, ich weiß gar nicht. Nun haben wir das. Jetzt muss ich nach oben. So Leute, das war's dann für heute. Und jetzt haben wir das. Das war's dann für euch. Ich glaube das istIFA-Ger GPU-Deca Pope.